Experte über Winnetou-Streit. Hitler war nicht zufällig Fan. Hitler! Ich hatte ja auch Bemängel schon, dass diesmal sogar für ihre Verhältnisse es sehr, sehr unspezifisch blieb, wo denn jetzt überhaupt das Problem war. Es war eigentlich nur das Wort kulturelle Aneignung und wir setzen uns damit auseinander und mit Vielfalt und deswegen müssen diese Bücher weg, das hatte der Verlag gesagt. Danach hat ja auch die ARD es noch gecancelt, die ganzen Filme da rausgenommen bei sich aus der Mediathek. Ich hoffe, dieser Experte kann jetzt mal näher sagen, also einfach nur, dass ein Weißer geschrieben hat über Indianer, dass da das Wort Indianer drin war. Also ich weiß, stand jetzt nicht, was genau daran die kulturelle Aneignung war. Oder einfach auch die Blutsbruderschaft, also dass er als Weißer halt dieses indianische Ritual macht. Ist das das Problem? Ich weiß, es stand jetzt nicht. Ich bin gespannt. Also der Normale, er wird es uns bestimmt nochmal sagen, Peter Jungblut übrigens, heißt dieser stolze Recke für die politische Korrektheit, der gerade in Zeiten, wo wir immer weniger zu fressen haben, es immer teurer wird und wir am Frieren sind, Angst vor dem Wutwinter haben, Angst vor Putin haben, Angst vor Corona haben, wo der totalitäre Fiebertraum, in dem wir schon seit zwei Jahren leben, wieder mal richtig schön hochgefahren wird. In dieser Zeit ist es ihm ein Herzensanliegen, diesen Artikel hier zu verfassen über einen Teil der Unterhaltungsindustrie. Der Grund ist, so wie ich das verstanden habe und ich versuche da den Leuten wirklich entgegenzukommen, dass wir die Lebensrealität der Indianer damit missrepräsentieren und so dürfen wir sie überhaupt auch nicht nennen. Also wir bilden es nicht akkurat ab. Das war mein letzter Stand auch von irgendeiner Frau, die sich für Rechte von amerikanischen Ureinwohnern einsetzt, die selbst keine amerikanische Ureinwohnerin ist, also halt wieder White Saviorism im Endeffekt, die können sich nicht selbst helfen, wir müssen das machen, wir helfen ihnen ja sogar schon bei Problemen, die sie gar nicht haben mit dieser Sache. Das würde nicht akkurat repräsentiert, wie die damals gelebt haben. Und ich denke mir, ja, es ist eine fiktive Geschichte aus einem Kinderbuch. Was ist euer verdammtes Problem? Also bei dem aktuellen Buch, das ist ein Kinderbuch. Also es gibt, wir wissen jetzt irgendwie über die Apachen mehr und die haben anders gelebt. Das waren ja dann die Apachen. Ist ja auch lustig, dass hier immer quasi auch dann gesagt wird, oh, die Ureinwohner Amerikas, weil sie nicht Indianer sagen wollen, das waren doch was, hundert verschiedene Stämme oder so, die sich gegenseitig bekriegt haben auf den Tod. Wir waren dann halt nur besser im Krieg. Dann sind wir halt gekommen und haben denen gezeigt, wie Krieg so richtig geht. Und dann waren sie weg vom Fenster. Es klingt ja zart, aber ja, und die waren grausam. Wenn sie sich jetzt nicht bei der Friedenspfeife dementsprechend dann, das ist halt das Ding bei den Filmen. Also sollen die jetzt im Film echte Kräuter durch die Friedenspfeife rauchen und halluzinieren? Sollen da wirklich Leute skalpiert werden in einem Kinderfilm? Ihr wisst, was skalpieren ist, meine lieben Freunde. Das haben manchmal, ich weiß nicht, ob es alle Stämme gemacht haben, aber das war so ein Ding, das hat man dann als Trophäe dementsprechend eine relativ intensive Rasur bis auf die Kopfhaut, inklusive der Kopfhaut dementsprechend durchgeführt bei seinem Gegner. Das passierte, das passierte einfach. Warum, also wenn das im Film drin ist, ist es dann wieder gut oder was? Nein, natürlich nicht. Das ist halt an sich schon inhärent rassistisch. Ja, es wird uns nur verboten, weil wir weiß sind, Schlomo. Das weißt du doch selbst. Ja, ich meine, es geht auch darüber hinaus. Ich würde sagen, diese pathologische Einstellung zur eigenen Vergangenheit und eigenen Geschichte, dann auch in diesem Fall von den Amerikanern. So, oh mein Gott, was haben wir getan? Wir sind das furchtbarste Volk der Welt und so. Man verurteilt uns wegen Kompetenz. Den Versuch gemacht, Leute irgendwo zu vertreiben, zu töten, großflächig, so großflächig wie es umging, den macht die Menschheit, machen die verschiedenen Menschengruppen, seit es sie gibt. Was man den Weißen insbesondere ankreiden kann, ist eigentlich nur, dass sie besser darin waren als die meisten anderen Gruppen, weil sie wissenschaftlich weit voraus waren und so weiter und so fort. Ja, technologisch genau. Dementsprechend mit einer Handfeuerwaffe oder mit Gewehren konnte man besser als mit Pfeil und Bogen dementsprechend seinen Feind bekämpfen. Wir schauen mal, welchen Zugang Peter Jungblut zu dieser Thematik findet. Die Überschrift wirft natürlich recht retardierte Schatten voraus. Karl Mays Werke sind in ihrer DNA rassistisch, behauptet der in Hamburg lehrende Kolonialismusforscher Jürgen Zimmerer. Also Peter Jungblut hat es geschrieben, Zimmerer wurde gefragt. Die Bücher gehörten einst zur literarischen Erfahrung von Nazis und vermittelten die weiße deutsche Überlegenheit. Mein Vater hat ja auch Karl May gelesen und Winnetou. Wir haben die Bücher auch noch daheim bei meinen Eltern zu Hause und da hat sich, also ... Das erklärt natürlich immer ... Das erklärt, warum der immer mit einem Baseballschläger durch den Nationalpark läuft. Jetzt verstehe ich es. Ach, das war das. Ja. Ach, deswegen sagt er immer Rothaut zu mir, wenn ich mir Sonnenbrand ankomme. Woraus kommt dann die weiße deutsche Überlegenheit? Ist das quasi der historische Fakt in dem Fall, dass halt sie ... Gut, sie haben natürlich Gegenwehr geleistet, aber sie wurden letztendlich dann überrollt von den weißen Europäern. Das ist einfach, wie die Geschichte gelaufen ist. Ist das dann weiße deutsche Überlegenheit? Also darf man diese Art von Geschichte nicht mehr thematisieren und nicht mehr akkurat darstellen? Also akkurat darstellen im Sinne von, klar, die Weißen waren waffenmäßig, strategiemäßig und so weiter und so fort, um Längen überlegen. Mhm. Ja, natürlich. Ist das dann weiße Überlegenheit? Das ist Teil der Geschichte. Ja, also als wäre das was Schlechtes. Es war halt damals so. Es tut mir leid. Tut mir leid, wenn Leute gestorben sind. Sie sterben bis heute. Es geht immer noch um Überlegenheit. Es geht überall nur um Überlegenheit. In der gesamten Geopolitik. Es geht immer nur um Überlegenheit. Hier seht ihr übrigens den stolzen Recken gegen den Rassismus. Ein Bild von einem Mann. Er hat sich tatsächlich kurz vor dem Foto rasiert. Ihr seht schon, der Bart kommt direkt wieder zurück. Aufgrund dieses maßlosen Testosteronüberschusses, der diesem Herrn hier inne wohnt. Der könnte tatsächlich ein Mädchen in der Adoleszenz berühren. Und dem Mädchen würde direkt der Stimmbruch eines Jungen einsetzen. Deswegen arbeitete er auch als Nebenjob in einer Gender-Klinik. Den letzten Teil habe ich mir natürlich... Diese Lippen. Diese wunderschönen Lippen. Das sind doch wirklich Lippen zum Verlieben, ne? Stell dir vor, wie wunderbar weich sich das anfühlen muss. Das muss sich richtig. Der Kuss der Männlichkeit. Ja, also ich weiß, es ist Kritik auf einem sehr tiefen Niveau. Ich wollte euch einfach nur zeigen, so sehen die Leute aus, die euch sagen, wie ihr eigentlich alle inhärent tickt. Ein Kolonialismusforscher. Ein Kolonialismusforscher, ja, durchaus. Und ich lese jetzt weiter. Ich lasse hier einfach den Herrn dementsprechend einmal hier drin, damit ihr ihm in die Augen schauen könnt, während ich weiter vorlese. Wir hatten das mit der DNA ja schon. Ja, die Bücher gehörten... Entschuldigung. Schluckchen trinken. Einen Moment. Dimm, 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 dimm. Immer noch dieses Weinrot. Das steht ihm irgendwie. Das ist genau, was ich tragen würde. Wie gesagt, diese Lippen. Guck dir an, wie das Rot der Lippen dem Rot des Hemdes ähnelt. Das ist ein Mann, der weiß, was los ist. Ich finde auch die Farbe des Jacketts, das hat was. Und im Hintergrund wahrscheinlich irgendeine Gedenktafel an die Verbrechen der Deutschen oder so. Vielleicht sind wir ja in seinem Wohnzimmer. Das kann ja durchaus sein. Ähm, die Bücher gehörten einst zur literarischen Erfahrung von Nazis, sogenannten Nazis, und vermittelten die weiße deutsche Überlegenheit. So wie jedes deutsche Buch, so wie jedes deutsche Buch, das vor 1940 geschrieben wurde. Die Bibel gehörte wahrscheinlich auch zur Lebensrealität der Nazis. Die gab's da auch schon. Ja. Wahrscheinlich. Schlomo, wahrscheinlich. Er hat sich mitten hineingestürzt. Ins Twitter-Getümmel. Der Hamburger Professor Jürgen Zimmerer, 57 Jahre alt. Hier seht ihr den Mann. Geboren in oberpfälzischen Wörth an der Donau. Und Experte für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen in aller Welt. Also diese, das Brot und Butter dieses Mannes ist jeden Tag die deutsche Kolonialschuld, sich damit zu beschäftigen. Dieser Mann geht jeden Tag von der Arbeit nach Hause und denkt sich, oh, wir Deutschen, ich höre noch die Peitschen, ich höre die Peitschenhebe noch nachhallen im Äther unserer ruchlosen und menschenverachtenden Vergangenheit. Und so geht er dann nach Hause und schläft ein mit einem Lächeln, weil er das Gefühl hat, etwas Gutes getan zu haben. Dass wir hier überhaupt einen Forschungszweig haben von Kolonialismusforschung in Deutschland. Ich meine, im europäischen Vergleich waren wir da ja noch relativ soft dran, aber man übernimmt halt alles von den Amis und von den Engländern in dem Fall. Weil die Engländer, die Engländer haben halt keinen Holocaust. Deswegen musste man denen irgendeine andere starke Sache unterschieben, von der sie dann ihre Erbschuld haben können. Und da kann man halt mit dem Kram. Und sie können nie, also am liebsten würden sie eigentlich uns auch noch die Indianer in die Schuhe schieben. Sie können es nie lassen, Sachen, die sie schon als Schuldframe woanders etabliert haben für Weiße, auch noch, wenn es gar nicht passt, überzustülpen. Und deswegen haben wir jetzt in Deutschland hier Kolonialismusforscher. Er schaut gerne zu. Im Streit um Winnetou scheut er keine Konfrontation. Denkst du, die Schweden haben Forscher darüber, was die bösen Wikinger damals gemacht haben mit den Engländern? Wäre das etwas Gesundes für die Schweden? Ich glaube nicht. Wenn sie da so einen Dauerfokus drauf hätten. Oh, wir haben so viele englische Frauen vergewaltigt. Oh, wir waren so böse. Nee, gibt es nicht, weil die waren weiß. Also interessiert das niemanden einen Scheißdreck. Denn ja, es geht nur darum, rassische Agitation zu betreiben. In diesem Fall schon, ja. Und wie gesagt, also es ist BR. Ich mache es nochmal klar. Ihr habt auch für diesen Artikel mitbezahlt. Im Streit um Winnetou scheut er keine Konfrontation. Was für ein Mann. Und sammelte mit ähnlichen Auseinandersetzungen bereits einschlägige Erfahrungen, wie er dem Bayerischen Rundfunk sagt. Eigentlich über den Mediziner und Nobelpreisträger Robert Koch, also der vom Robert-Koch-Institut, als Kolonialisten geschrieben habe, war es deutlich heftiger. Aber auffallend ist die Intensität der Debatte, die Reichweite. Wenn man sich überlegt, was ist passiert. Ein Verlag hat eingesehen, dass er eine unternehmerische Fehlentscheidung getroffen hat. Die Fehlentscheidung war vor diesem, Entschuldigung, vor diesem linksversifften Sozialwissenschaftler, Mob, in der Kommentarsektion einzuknicken. Das war die unternehmerische Fehlentscheidung, Herr Zimmerer. Also, man hätte das Buch einfach veröffentlichen können, hätte sich gut verkauft. Also, okay. Dass er Kinderbücher nicht rausbringt, wie das dann explodiert ist, das ist ungewöhnlich, dass so viele Leute darauf reagieren. Eigentlich dürfte es die Debatte gar nicht geben. Es ist ja alles klar. Ja, ist es das. Ist es das, Herr Zimmerer. Immer Ihr Anspruch. Sie stellen die wahnsinnigste These auf dem Planeten auf und sagen dann, ja, eigentlich müssen wir hier gar nicht drüber reden. Also, ich habe einfach recht. Jetzt haltet ihr die Fresse oder ihr seid Rassisten. Ich meine, wir Weißen sind der Krebs der Welt. Das ist doch, das weiß ja eigentlich jeder. Muss man wissen. Ist praktisch Doktor Zimmerer Stoll, den wir hier vor uns sitzen haben. Richtige, richtige YouTube-Nerds werden ihn noch kennen. Bei Pippi Langstrumpf funktioniert es. Zimmerer spielt damit auf den Ravensburger Verlag an, der derzeit heftig attackiert wird, weil er zwei Kinderbücher zum Filmstart hat. Und da haben wir es wieder. Schlomo. Genau wie die Genderklinik wird jetzt auch dieser arme Verlag attackiert, weil er die Kinderbücher zum Filmstart von der junge Häuptling Winnetou zurückgenommen hat. Der wurde aber vorher von eurer Seite attackiert. Dass der eine sechsstellige Investition, die da wahrscheinlich getätigt wurde, jetzt einfach mal in den Müll geworfen hat. Der wurde vorher von euch attackiert. Attackieren ist irgendeine Art von Druck aufbauen über die sozialen Medien plus rechts. Ah, du hast recht, ja. Du hast recht. Das ist ein Aufmarsch, wenn man so möchte. Der junge Häuptling. Ein Sturm. Sturm auf Ravensburg. Sturm auf Ravensburg. Das klingt gut, das klingt gut. Das wäre eine gute, also wenn hier ein Spiegeljournalist zuhört, Sturm auf Ravensburg. Der Ravensburg-Sturm. Wie weiße Überlegenheit sich auch in Kommentarsektionen äußert oder so. Das wäre gut. Schreib da mal was drüber, Spiegel. Der junge Häuptling Winnetou zurückgezogen hat. Grund dafür, kritische Stimmen im Netz, die Karl Mays einst populären Apachenhelden für eine kolonialistische Romanfigur halten. So sieht es auch der Hamburger Experte. Was? Also was jetzt? Man kann das eigentlich nicht adaptieren, weil der Rassismus und der Kolonialismus quasi die DNA ausmachen der Geschichten von Winnetou. Old Chatterhand und Cara Ben. Nehmen sie. Da gibt es ja immer die Debatten, ob man bei Pippi Langstrumpf ein Wort ändern kann. Das geht. Dann funktioniert die Geschichte immer noch, aber im Kern der Wild-West-Orient-Geschichten von Karl May ist genau die weiße deutsche Überlegenheit enthalten. Das kann man nicht adaptieren. Weißt du, was der mir hier sagen will? Nicht so wirklich, ne. Ich auch nicht. Wir lesen weiter. Es geht um weiße Identitätspolitik. Er selbst sei als Jugendlicher begeistert gewesen von Karl May. Ja, er ist ja auch weiß. Wir waren ja, wir sind ja alle schuld. Also auch er. So Zimmerer. Nur einige sind ein bisschen weniger schuld. Und habe vor ein paar Jahren die Bände wieder mal zur Hand genommen, sagt er. Ich war eine deutliche Enttäuschung. Nach dem Motto, wie konnte ich in meiner Jugend begeistert sein und das nicht merken. Den Antisemitismus. Den Antisemitismus. Wo geht's denn bei Karl... Entschuldigung, also vielleicht bin ich jetzt hier auch irgendwie... Wo geht's denn bei Karl May um Juden? Wo geht's um Juden? Haben die Winnetou beschnitten oder was? Ich weiß... Man hat manchmal das Gefühl, diese Worte gehören einfach zusammen. Also man... Wenn man ein Wort irgendwie bestätigt hat in seinem Kopf, dann kann man auch alle anderen von den bösen Wörtern drauf machen. Und dann ist es halt komplett beschmutzt. Für die anderen... Man braucht nur eine Einstiegsargumentation. In dem Fall halt irgendwie Cultural Appropriation oder... Keine Ahnung. Das hat irgendwas mit dem Titler zu tun. Damit ist es dann auch antisemitisch. Du, ich glaube, der Mann, wenn der aufwacht und merkt, der hat gute Laune, dann macht er sich erstmal einen Kaffee. Mit dem Kaffeebeutel von gestern. Und dann schmeißt er den Fernseher an. Und dann hat er da so ein Regal. Und das ist voll mit so alten Videokassetten, wo er sich Dokumentationen über das Dritte Reich aufgenommen hat. Und die schaut er dann zum Frühstück, während er seinen Kaffee-aus-Kaffeesatz von gestern trinkt. Und währenddessen... Ich glaube, der hat wahrscheinlich sogar auch diese Rezepte, die damals halt in Auschwitz gekocht wurden, die kocht er sich dann nach, um das einfach zu spüren. Um diese Schuld zu spüren. Um zu spüren, wie schlecht die Menschen gelebt haben, damit er ja keine gute Laune als Weißer bekommt. Alter Schwede, wo ist Antisemitismus bei Kai Mai? Also ich meine, vielleicht bin ich auch einfach unbelesen, was das angeht. Gibt es dir nochmal? Wie war sein Nachname? Zimmerer. Zimmerer. Jürgen Zimmerer. Professor Dr. Jürgen Zimmerer. Der ist wahrscheinlich wirklich selber eine Kartoffel. Weil ich meine, er könnte ja auch theoretisch Jude sein. Mit dem Antisemitismus, sagen wir mal, persönlich verbandelt sein. Also wer jetzt so aussieht. Aber ja gut, Jürgen Zimmerer klingt nach dem Deutschen. Also dann muss er sich eigentlich auch selber hassen. Das stimmt. Ja, ich meine auch hier wegen der Gedenktafel da im Hintergrund. Ich sehe so einen schwarzen Granit und wahrscheinlich dann goldene Schrift. Da wird schon was sehr Wichtiges draufstehen. Also er hat die wieder in die Hand genommen und war ganz enttäuscht. Ich war in meiner Jugend ganz begeistert. Den Antisemitismus, den Rassismus in den Werken, von der Frauenfeindlichkeit ganz zu schweigen. Ey, können wir, ist das jetzt ein Bingo? Haben wir sie jetzt alle? Ja, für den Rest musst du ja gar nicht mehr argumentieren. Du musst ein Wort beweisen und alle anderen kannst du dann einfach auch dazuschmeißen. Haben wir sie jetzt alle? Antisemitismus, Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Schade, dass er nicht noch Queerfeindlichkeit mit reingebracht hat. Dafür hätte den Artikel wahrscheinlich Sven Lehmann schreiben müssen. Ginge es um Inhalte, könnte ich nicht, Entschuldigung, ginge es um Inhalte, könnte ich nicht verstehen, wie das ein demokratischer Politiker jemals verteidigen kann. Demokratie haben wir jetzt auch drin. Wer das nicht gut findet, also wer das gut findet, steht nicht auf dem Boden der demokratischen Grundordnung, bla bla bla, nicht gesetzestreu, Zensur. Das ist eigentlich die Argumentationskette, die wir alle kennen und lieben. Was haben wir? Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Demokratiefeindlich. Und Homophobie? Keine Homophobie? Wo ist meine Transphobie? Gab es bei den Wahlen innerhalb der Winnetou-Bücher etwa Wahlbetrug? Worauf spielt er hier an? Ich weiß es nicht. Genau, und wo ist die Queerfeindlichkeit? Die brauchen wir noch, damit hier die die Four Horsemen auf Suckage endlich am Start sind in seiner Argumentation, aber bis jetzt nur drei. Vielleicht braucht er das gar nicht. Er weiß, er ist argumentativ schon so gut aufgestellt, der kann ganz ohne Queerfeindlichkeit argumentieren. Dem reichen schon Rassismus, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit. Es geht natürlich nicht, also hat er schon eins davon begründet mit einem Beispiel? Ich glaube nicht. Wir lesen mal weiter. Es geht natürlich nicht um Inhalte, sondern um weiße Identitätspolitik. Okay. Leute, die Karl May verteidigen, würden damit im Grund die gute alte Gesellschaft in Schutz nehmen. Und das ist die schlechte alte Gesellschaft, wie wir alle wissen. Ah ja, okay. Ja, langsam kommt so ein bisschen durch, was er eigentlich meint. Also er meint, wir sind doch hier gerade dabei, ein kommunistisches, also eine schöne, vielfältige, gleiche Gesellschaft zu erschaffen. So. Und die Gesellschaft, die wir vorher hatten, die ist ja uns feindlich gesinnt. Wir lehnen die ab. Das ist ja das böse Patriarchat. Und dieses alte Buch, da ist die Gesellschaft noch nicht so von den Werten her, wie wir sie haben wollen. Ja, ja. Es, das, was halt auch dementsprechend Nostalgie bei uns auslöst, ist ja auch, dass wir die Zeit, in der das rauskam, nun mal damit verbinden. Und wenn da ein anderes Lebensgefühl halt auch eine Rolle gespielt hat zu der Zeit, vielleicht ein Leben, in dem man nicht komplett mit Selbsthast durchtränkt, morgens sein, weiß ich nicht, sein Kaffee aller Arbeitslager getrunken hat, wie er wahrscheinlich morgens, Entschuldigung, dann ist man dementsprechend... Sie werden alle Bücher verbrennen müssen. Alle. Ja, sie müssen eigentlich alle Bücher verbrennen und neue schreiben. Weil alles geschichtsrevisionistisch auszuradieren, das fällt denen irgendwann in den Rücken. Da würden die Leute auch irgendwann sagen, was soll das? Also dann lieber direkt alle Bücher verbieten. Es ist ein Buch. Ja, dann haben wir Fahrenheit 451, ne? Aber ich denke, sie werden halt so durchgehen und irgendwann gibt es halt kaum noch alte Bücher und wenn es irgendein altes Buch gibt, dann vielleicht eins über Schmetterlinge oder so, aber nicht mehr über die Gesellschaft, weil darin ein natürlich anderes Gesellschaftsbild vermittelt wird, als sie heute hier am Erschaffen sind und wenn das positiv vermittelt wird, da könnte noch jemand auf die Idee kommen, dass die Gesellschaft, die sie gemacht haben, gar nicht das Beste ist, was irgendwie auf der Welt existieren könnte, ne? Und deswegen muss das weg. Es ist Konkurrenz. Er wird präziser, ne? Die gute alte Gesellschaft in Schutz nehmen. Doppelpunkt. Als die Ehe noch eine richtige Ehe war, sagt er. Ja. Also nur weil er sich gerne im Kleiderschrank versteckt und durch diese kleinen Lamellen durchschaut, während er ein Superman-Kostüm trägt, während Mutombo auf seiner Frau rumliegt, in Ordnung. Vielleicht ist das seine Form von Ehe. Ist in Ordnung. Aber ich hab bei Winnetou jetzt nie an Ehe gedacht. Aber wäre doch schön, wo ist denn das Problem? Also alles, was er da schildert, klingt eigentlich gut. Es ist eine Zurückweisung der Zumutungen einer in jeder Hinsicht diversen Gesellschaft. Warte, das sagt er. Das liest du vor. Das sagt er. Ja, natürlich, natürlich. Ich lese das hier vor. Also das mit dem Superman-Kostüm. Ich dachte, du fass das quasi so zusammen. Nein, nein, nein. Als Punkt gegen ihn. Okay. Nein, nein, nein. Das mit dem Mutombo und mit dem Supermann, das war nicht meine Idee. Natürlich ist das Buch aus den 30ern eine Zurückweisung, während es so will. Also es war ja noch keine Reaktion darauf. Es gab ja noch nicht eure neue, bunte, vielfältige Gesellschaft. Aber natürlich entspricht das nicht deren Werten. Aber wie gesagt, dann werdet ihr alle Bücher von damals verbrennen müssen. Und irgendwann werdet ihr euch vorarbeiten, weil, wie gesagt, eure Revolution, die hört ja nie auf. Die Gesellschaft muss sich ja immer noch mehr ändern und es muss noch neue Sprachregeln geben und so weiter und so fort. Ihr werdet sukzessiv einfach Generation für Generation die Bücher auslöschen müssen. Was ihr ja schon tut. Ja, ja. Ich habe ihn schon vorgelesen. Keine Sorge. Ich habe vergessen, die Stimme zu verstellen. Das wird wahrscheinlich verwirrt haben. Der 1912 verstorbene Autor habe perfekt die Erwartungen seiner wilhelminischen Zeitgenossen bedient. Das ist der Schlüssel zu seinem Erfolg. Seine Leser haben das sofort verstanden. Er macht nichts anderes, als seine sächsischen Erfahrungen auf Nordamerika zu übertragen. Kein Zufall. Ja klar, so ein Autor bringt immer seine eigenen Erfahrungen irgendwie rein. Aber was ist denn mit Krabat? Dürfen wir Krabat haben? Das ist halt jüdisch oder nicht, ne? Krabat? Was war das? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann sein, dass der jüdisch war. Aber das war doch der Typ, der dann so ein Rabe wurde, der dann an dieser Mühle gearbeitet hat mit diesem Hexenmeister und so. Und das war in Sachsen. Deswegen fällt es mir gerade ein. Weil wenn man seine sächsischen Erfahrungen nicht reinbringen kann. Also Sachsen sollte auch nochmal so ein kleiner Tiefschlag sein. Sachsen sind doch rechts. Die kennen wir doch. Wollen wir doch kontrolliert abfackeln lassen. nach unserem Freund hier von den Grünen. Oh mein Gott. Bayerischer Rundfunk, meine lieben Freunde. Kein Zufall, dass Hitler und Himmler Fans waren. Im frühen 20. Also das ist jetzt die Zwischenüberschrift. Im frühen 20. Jahrhundert habe Karl May eine verhängnisvolle Faszination über die politische Rechte ausgeübt, behauptet Zimmerer. Er ist eine wahnsinnig spannende Figur. Er steht für die Traumwelten des Wilhelminismus. Tatsächlich hat er im Spätwerk einen pazifistischen Zug. Also er wäre heute wahrscheinlich gegen das Liefern von Waffen an die Ukraine. Mein Kommentar. Aber das ändert nichts daran, dass seine Geschichten zutiefst kolonial, kolonial, kolonial und rassistisch sind. Es ist kein Zufall, dass Adolf Hitler und SS-Schiff Himmler große Karl May-Fans waren. Teile ihrer Oberbesatzungspolitik, die Vorstellung, wie dort deutsche kolonial innen Gendersternchen von Zimmerer gesetzt angesiedelt werden, orientiert sich an Vorstellungen von der Eroberung des Wilden Westens, wie sie aus den Büchern Karl Mayns entnommen werden kann. Das ist eingeschrieben in das Werk von Karl May. Das ändert nichts an seiner Person. Ja, man darf das gar nicht thematisieren oder wie muss man das thematisieren? Einfach nur mit quasi Tränen getränkt und die ganze Zeit Scheiß auf Weiße sagen? Hitler mochte Schokoladenpudding. Wehe, wehe, ihr geht nochmal in die Nähe von Schokoladenpudding. Und damit meine ich nicht nur den braunen, ich meine alle Sorten. Hitler hat, wie schon im Chat richtig bemerkt wurde, seine Soldaten braun angezogen und er hat auch ein braunes Jackett. Es ist unglaublich. Es ist die Vorstellung, ja klar, das Hemd steht für Blut und das braune Jackett steht für Boden. So sieht es nämlich aus. Darunter ist ein Meine Ehre heißt Treu-Tattoo, nehme ich an. Wahrscheinlich, Alter. Ich kann hier fast nicht, okay, ich versuche noch ein bisschen weiterzulesen, Leute, aber ich glaube, ihr bekommt die Idee langsam, dass dieser Typ Der Mann braucht Hilfe. Die Vorstellungswelt von Land, das man besiedelt, während die dortigen Einwohner einfach verschwenden, habe als literarische Erfahrung direkt die Zeitgenossen geprägt, die den Vernichtungskrieg ins Werk gesetzt hätten. Adolf Hitler... Einfach verschwinden? Also es gibt doch Indianer in dem Buch und davon handelt es doch auch, der formt ja quasi dann ein Bündnis mit diesem Apachen-Hoppling, das ist ja der Punkt. Natürlich. Ich glaube, der hat keine Ahnung, was in diesen Büchern steht. Also ich bitte dich, wie kann man sich Professor schimpfen? Was? Ich verliere, also es ist wirklich ein Phänomen, das bemerke ich jetzt seit mehreren Jahren. Vielleicht ist das eine gewisse Angelegenheit, vielleicht überschätze ich mich auch einfach selbst. Ich glaube, man muss einfach demütig bleiben und nicht... Man ist meistens dümmer, als man denkt und die anderen Leute sind meistens schlauer, als man denkt. Aber ich verliere meinen Respekt vor älteren Menschen, Schlomo. Ich verliere ihn einfach. Ich habe das Gefühl, dieser Mann ist auf dem... Also wenn du mit dem über das Thema redest, der wird schon besser diskutieren als Zeckenpeter. Ja, aber das, was ich hier lesen muss, das ist... Das könnte auch Sarah Lee Heinrich geschrieben haben. Es tut mir leid. Das ist ja auch, wie gesagt, sie haben ja die ultimative Blase da erschaffen. Deswegen ist das halt egal. Deswegen ist das halt zu so einem Punkt ja entartet, wenn man will oder ausgeartet alles, dass es in der Diskussion nicht mehr zu vertreten wäre. Aber die braucht es ja gar nicht, weil man kann einfach sagen Nazi und das war's. Ja, ja. Adolf Hitlers Fable für Karl May war übrigens schon 2003 Thema des damals viel besprochenen Buchs Wie Karl May Adolf Hitler traf und andere wahre Geschichten von Hans-Christoph Buch. Darin fantasierte der Autor auf höchst unterhaltsame Art und Weise darüber, dass der seinerzeit Arbeitslose Möchtegern Maler Hitler am 22. März 1912 in Wien unter den Zuhörern von Karl May hätte sein können, der damals im dortigen Sophien-Saal einen Vortrag unter dem Titel Empor ins Reich der Edelmenschen hielt. Bewiesen ist das allerdings nicht. Ich glaube, ihr habt die Idee bekommen, Leute, das ist die Propaganda des Tages. Das wird nicht besser. Es wird nicht besser. Ja. Hätte sein können. Es könnte auch sein, dass Hitler an diesem Tag stattdessen deinem Urgroßvater einen geblasen hat. Das könnte auch sein. Das ist unglaublich. Problematisch und geht gar nicht. Irgendwelche Verbote hält Jürgen Zimmerer für falsch. Warum denn nicht, Herr Zimmerer? Warum denn nicht? Warum machen sie hier Schluss? Er würde argumentieren, das ist kein Verbot. Er würde sagen, nee, die haben doch nur den Schuss gefasst, die wollen das nicht mehr verlegen. Das ist ja kein gesetzliches Verbot. Das ist noch eine Stufe darüber hinaus. Eigentlich normalisiert man damit dann auch schon die Idee, dass irgendwann der Staat kommen könnte und sagt, diese Bücher sind verboten. Das war kein Dox. Das war das Aufbauen von Verantwortung. Irgendwelche Verbote hält Jürgen Zimmerer für falsch. Er ist der für das Verbrennen der Bücher. Sie finden auf jedem Flohmarkt Winnetou Bücher, die könnte man doch einfach direkt verbrennen. Wir könnten Benzin darüber gießen und diese einfach dem verdammten Erdboden gleich machen, sagt er dem Bayerischen Rundfunk in diesen Zeiten. Das habe ich mir ausgedacht, Leute. Ihr habt es für einen Moment geglaubt, oder? Irgendwelche Verbote hält Jürgen Zimmerer für falsch. Sie finden auf jedem Flohmarkt Winnetou Bücher in jeder Schulbibliothek. Ich habe ein paar davon überprüft. Ich finde, die tun dort nicht weh, weil sie keiner anschaut. Hä? Hä? Wir sind hier in der Schulbücherei. Ja klar, schaut man sich das an. Ich habe auch als Kinds noch ein bisschen in so einem Kram gelesen. Also dafür sind sie doch da. Also wir müssen einfach nur verhindern, dass sie jemand anschaut. Wir müssen sie nicht alle zerstören. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand sie anschaut. Okay. Wir können sie alle wegschließen einfach. Wir machen sie nicht kaputt. Wir schließen sie nur in eine dunkle Halle, in der kein Licht ist, sodass niemand sie lesen kann. Wir versetzen sie einfach in ihre natürliche, kohlenstoffbasierte Form zurück, wie sie halt auch vorher waren. Ja? Ich, ich finde, Lehrer sollten Passagen aus, ich bin generell gegen das Entfernen. Ich sage auch nicht, dass man das nicht lesen soll. Ich finde, Lehrer sollten Passagen aus Winnetou mit ihren Schülern lesen und diskutieren. Aber als Jugendbuch taugen die Geschichten nicht. Das ist problematisch und geht nicht. Ja, also als Mahnmal. Ne, so. So nehme ich. Okay. Also mit dem Nöppel verfüttern, wie böse das alles ist. Okay, ich verstehe. Ja, ja. Also wir müssen es nicht verbrennen, weil wir können es ja noch für unsere Propaganda benutzen. Ich meine, womit machen wir Propaganda, wenn das weg ist? Wenn wir nicht sagen, diskutieren, ne? Dann weiß man auch schon immer genau, wo der Wind her weht. Das ist ein bisschen, wie wenn der Mafia-Boss zu dir kommt und sagt, hey, wir haben schon so lange keine gute Diskussion mehr gehabt und legt dann so herrisch den Arm um deine Schulter und nimmt dich so mit. Ja, komm doch mal mit. Wir diskutieren jetzt ein wenig. Ich glaube, dass es gefährlich ist. Die Kids unserer Tage konsumieren andere Literatur. Es ist vor allem eine verlorene Chance, ihnen ein anderes Bild von Indigenen zu vermitteln. Die Geschichte von Freundschaften über kulturelle Grenzen hinweg, das ist ja lohnt. Aber da braucht man ja keine Stereotype-Darstellung. Das könnte man ja aktualisieren. Die Geschichte... Was soll denn... Also, was wollen sie denn machen? Die Indianer müssen unfehlbar sein, müssen genauso hochentwickelt sein wie die Weißen, weil sonst ist das weiße Überlegenheit. Nee, weißt du, was er jetzt macht? Weißt du, was er jetzt macht? Die Geschichte zwischen einem Weißen, der ins Land kommt und jemanden, der dort geboren ist, hätte man doch auch nach Afghanistan verlegen können. Da hat die Bundeswehr 20 Jahre gekämpft. Stattdessen wird die Winnetou-Geschichte aufgewärmt. Das sind im... Was? Was? Hä? Wer hätte das verlegen können? Was? Hä? Karl May? Oder was? Die Geschichte. Keine Ahnung, was er will. Das wird aufgewärmt, weil ihr die Scheiße habt runternehmen lassen vom Verlag und von den Öffentlich-Rechtlichen. Jetzt tut er so, als wenn die rechte Seite irgendwie das aufgewärmt hätte. Hä? Wir reagieren doch nur darauf, dass ihr die Scheiße zensiert habt. Das sind in meiner Altersgruppe nostalgische Motive, man will damit die eigenen Privilegien verteidigen. ist das Bullshit-Bingo jetzt vollständig. Wir hatten Rassismus, Antisemitismus, Demokratiefeindlichkeit, Feindlichkeit der Diversität gegenüber und jetzt haben wir noch die eigenen Privilegien, die man... Ja! Wenn es heute... Bitte? Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass der Typ, weil du gerade sagst, dass der wird schon besser sein als irgendeine... Aber ich glaube nicht, dass der besser diskutieren könnte als an Teilzeit. Eher noch schlechter, aber wahrscheinlich auf demselben Level, weil ich glaube, also ich glaube, der Uniproff und der Teilzeit, der die Scheiße dann da aufsaugt vom Uniproff, die tun sich nicht viel. Ich glaube, die sind eigentlich so ziemlich auf demselben Level. Also ich glaube, ich wäre auch so auf dem Level, was linke Identitätspolitik angeht, von diesem Uniproff. Ich verstehe das schon alles. Es gibt Leute, die kennen wahrscheinlich André Teilzeit nicht. Das war vor, ich glaube, vier, fünf Jahren. Ist schon so lang her, oder? Vor vielleicht drei, drei Jahren. Er war doch dann nochmal Messi, Elliot, als irgendwie die Kohle alle war, ne? Ja, ja, genau. Da hat er irgendwie so ein Battle-Video gemacht. Also nicht im Stile von Hey Leute, ich habe jetzt Payton, sondern oh, ich habe ganz, ganz viel Geldprobleme und so weiter, gebt mir mal Geld. Und als das nicht funktioniert hat, da wollte er irgendwie Teil von BreadTube werden, von diesen erfolgreichen linken Streamern in Amiland, halt Destiny und so weiter. Und hat dann Messi, Elliot gemacht, wo er auf Englisch geredet hat, mit so einem furchtbar gefakten irgendwie L.A. Akzent, ne? Ja, Mann. Aber das hat auch nicht funktioniert. Genau, das war halt wirklich ein Kämpfer für die SJW-Sache, so, und der war wirklich durch und durch ideologisiert. Und es war halt noch jemand, der hat einem was gegeben, um darüber zu reden, ne? Mittlerweile ist es recht subtil und der war halt wirklich abgedreht, nur damit ihr wisst, dass, ja, also mit dem vergleichen wir gerade diesen Professor Doktor Zimmermann. Ich weiß gar nicht, ob er heute noch einer von denen abgedrehten wäre, also ich glaube, heute wäre er quasi normal für die. Der hat aber schon damals, vor Jahren halt Dinge gequatscht, wie Critical Wildness, ne? Hat gesagt, ja, wir sind bis ans Ende unseres Lebens sowieso rassistisch zu irgendeinem Punkt, wenn wir weiß sind, wir können nur versuchen, dagegen anzuarbeiten. Solche Sachen halt, die kannte man halt vorher noch nicht. Das war halt erstmal so, warte, was? Aber heutzutage ist das ja borderline normal in diesen Kreisen. Wir haben uns echt an einiges gewöhnt. Der letzte Absatz. Zimmerer hat sich übrigens trotz vieler Anfeindungen im Netz, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich weiß, man soll jetzt niemanden nach Leib und Leben trachten, das macht man wirklich nicht, aber wenn du halt im Internet wirklich, wirklich deinen Kack reizst, weißt du, der hockt sich auf seine Tastatur und er defikiert einfach auf die Tasten und dann drückt er auf Senden, weil der Autocorrector wird schon die richtigen Schlagwörter eingefügt. haben für ihn. Wenn du sowas machst, dann gibt es halt Backlash. Ist halt so. Wie ihr immer so schön sagt, Meinungsfreiheit hat auch Konsequenzen. Also in dem Fall. Meinungsfreiheit ist nicht die Freiheit von Kritik. Ja, da kam Kritik. Das nennt ihr einen Angriff oder einen Shitstorm oder Drohungen oder wie auch immer. Aber es ist genau dasselbe, was ihr im anderen Fall Kritik nennen würdet. Zimmerer hat sich übrigens trotz vieler Anfeindungen im Netz seine Ironie bewahrt, so twitterte er, der Streit um Winnetou ist entschieden. Uschi Glas hat mich überzeugt. Sie sagt, in den Filmen und Romanen geht es um Gut und Böse. Sie haben weiße oder rote Haut. Es bildet das echte Leben ab. Also, natürlich nicht. Also er diffamiert jetzt noch Uschi Glas. Die hätte keine Ahnung, worüber sie redet. Alter, sie spielt in den Scheißfilmen mit. Aber gut. Ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen zu weiß, die Frau. Also, schaut euch dieses Gesicht hier an. Mein Gott. Guckt auch schon so, ne? So, hä? Na, du kleine D***er, du bist doch auch rassistisch, oder? Dir werde ich auch noch hier ein paar Worte in den Hut werfen. Ja. Also, wenn ich ganz genau hinschaue, könnte man da tatsächlich noch so eine Art Titelthesentemperament, vielleicht ist das wenn der Typ trans, vielleicht ist der trans. Weiß es nicht. Na, glaube ich nicht. Ich habe das einfach nur ein hässlicher Mann. Ja, so sieht halt wahrscheinlich, so sehen sehr viele deutsche Frauen über 55 aus, ne? Das heißt, ich habe das eigentlich nur gesagt. Ja, der hat schon das Landhorn-Schein-Syndrom. Ist so leid. Wenn der Typ von Titelthesentemperament irgendwie einen schwulen, noch etwas älteren Liebhaber hätte, dann würde ich mir denken, würde so aussehen. Herr Zimmerer, das ist Satire. Ich hoffe, Sie verstehen das. Sie sind natürlich eher im Lendenz. Scheiße, ey, die sehen halt wirklich mittlerweile so unidentifizierbar aus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, das ist wirklich Kritik auf einem sehr niedrigen Niveau und unserer nicht würdig, aber so sehen normalerweise Allmann-Frauen mit 55 Jahren. aus. Manche färben sich die Haare auch rot. Jaja, ein bisschen Testo reingespritzt, damit der Bart so ein bisschen spießt. Vielleicht auch deswegen der Bart halt so spießig. Die Augenbrauen auch schon, ja, wer weiß, wer weiß. Es ist nicht böse gemeint, Leute, das war die Propaganda des Tages. Ich kann dazu keine weiteren Worte mehr verlieren. Ihr habt für diesen Beitrag bezahlt. 210 Euro das Jahr. Das war der Bayerische Rundfunk, der diese Meinung hier zum Besten gegeben hat. Wie ihr wollt eine Umfrage? Ob der Horn oder kein Horn hat. Oh mein Gott, okay, wartet Leute, wie mache ich das denn? Slash Pole wahrscheinlich oder so, Pol. Ein Moment. Irgendwieso, ja, ich habe noch nie eine hier gemacht. Leute, ihr seid ja auch gut. Slash Pole, geht das? Unbekannter Befehl steht hier. Pole, ne? Also mit zwei L Ach Leute, das tut mir so leid. Kann jemand vielleicht mal hier den Befehl einfach oder so? Die können das gar nicht oder wie? Wir können das, wir können das noch machen. Ich werde am Ende der Folge das Bild noch mal einblenden, meine Lieben. Und bis dahin werde ich es auch geregelt haben. Ich möchte den Flow nicht zu sehr zerstören, wenn ich jetzt nach der Option suche. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Leute. Wir machen es einfach folgend. Jetzt erst mal, um das abzuschecken. Ihr schreibt jetzt einfach Enz oder Mann in den Chat. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie sich das hier dementsprechend aufschlüsselt. Ich zeige euch noch mal dieses Bild von einem Mann. Enz oder Mann, meine lieben Freunde. Ach, neue Abstimmung. Ach, die hat schon jemand gemacht? Jemand hat sie gemacht? Jemand hat sie gemacht? Ah, cool. Cool. Dicke Nase für eine Frau natürlich. Das hat Schobi gemacht, denke ich. Leute, ja, ihr könnt auch abstimmen. Abstimmung ist da, meine Lieben. Die Leute sind gerade... Aber der Mund, es ist vor allem der Mund und halt die Abwesenheit von irgendwelchen härteren Gesichtszügen. Aber dieser dicke, fette Knutschmund, ne? Es ist halt also, ja, ich möchte dem Herrn oder der Frau nicht zu nahe treten, aber die Umfrage sieht momentan, momentan, 31% sagen Horn, also, da baumelt was und 70% sagen, 71% sagen kein Horn. Man sagt, das ist keine dicke Nase. Also, für eine Frau wäre das eine dicke Nase. Ich denke jetzt halt im Frame von, das ist eine Frau, ne? Für einen Mann, nee, für einen Mann ist das keine dicke Nase. Ich weiß halt nicht, ne? Also theoretisch wäre das, ja, kein Horn hat gewonnen mit 71%. Meine lieben Freunde, damit haben wir entschieden, es handelt sich bei Herrn Zimmermann eigentlich um eine Frau, Zimmermann und damit Noch dürfen wir das ja, ne? Bald dürfen wir das nicht mehr. Bald dürfen wir das nicht mehr, nee. Wie heißt der nochmal mit Vornamen? Jürgen? Ich glaube Jürgen, ja, den Jürgen Würgen. Zimmermann? Zimmermann, Zimmerfrau eigentlich jetzt im Endeffekt. Okay, warte, kann man das irgendwie rausfinden? Ah Gott, da gibt es auch nicht viel drüber, den Typen. Du, wenn er demnächst auch für queer.de einen Artikel schreibt, dann würde ich sagen, ergibt sich diese Frage dann von selbst, ne? Ist er eine Frau? Ist er eine fucking Frau? Twitter-Bio? Halt uns da auf dem Laufenden, wenn wir, also wenn, er hat ja auch den Genderstern extra reingesetzt, das sagt ja BR auch, ne? Genderstern wurde von ihm reingesetzt. Schreiben sie extra noch dazu. Sie wollten eigentlich nicht, aber er hat gesagt, nein, wenn wir jetzt nicht gendern, dann wird das nichts. Wir haben ein lustiges Ende. Wir wundern uns einfach nur, also man findet darüber, glaube ich, nichts. Ich glaube, meine Suche ist von Lebens. Aber wir wundern uns einfach nur noch, ob der Typ eine Frau ist. Ja. Das ist doch mal ein schöner Abschluss. Ja, absolut, meine Lieben. Hier kommt das Outro. Das war's. 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 Das war's.